Mein Name ist Holger Roth, Produktvertiefsleiter der Firma Schunk, zuständig für die gesamten Komponenten in der Primatik, sowohl Greiftechnik und Automationtechnik. Unsere Primatischen Greifer können sehr gut in der wahren Umgebung der Maschinenbeladung eingesetzt werden. Hier zu sehen, in einer Werkstückautomation der PGM Plus P, perfekt für eine zuverlässige Handhabung, zusätzlich mit einem Wechselsystem und einem Werkstückbahnhof für verschiedene Werkstücke, kann perfekt eingesetzt werden, um eine hohe Flexibilität einzusehen. Der PGM Plus T ist ideal, weil er ein super Verhältnis hat von Baugröße, Kraft und dementsprechend auch eine hohe Momentaufnahme. Durch seine Filzanführung kann dementsprechend schwere bis mittelgroße Bauteile in die Maschine laden. Kommend von Universalgreifer PGM Plus T, wie ich vorhin gesehen habe, haben wir ebenso den Universalgreifer PGM Plus. Zentrischgreifer wird oftmals verwendet für runde Werkstücke, hat aber ebenfalls die gleichen Vorteile, wie vorhin schon erwähnt. Zusätzlich der PAG-Greifer, ein Radialgreifer, in welchen Einsätze findet, wenn die Finger weggeschwenkt werden müssen, damit wir einfach weniger Störkonturen haben. Aus dem Tech-Segment haben wir den DPG Plus, abgedichtet für die rauen Umgebungen, IP67 Schutzklasse, gibt es ebenso in einer Drei-Finger-Greifer-Variante. Oder der MPG Plus, Kleinteile-Greifer, ideal für eine Montage-Automation oder im Pharma-Bereich, für hohe Zutenzahlen und schnelle Picks in der Minute. Wie Sie sehen, haben wir für jede Anwendung den richtigen pneumatischen Greifer. Sprechen Sie uns an und besuchen Sie uns auf schunk.com